Hallo, ich bin der Julian und Demokratie in der Wirtschaft ist ein Herzensthema für mich. Ich habe selber oft in Unternehmen gearbeitet, wo es kaum betriebliche Mitbestimmung gab und deswegen möchte ich das verändern. Als EU-Abgeordneter würde ich mich für eine Richtlinie stark machen, die starke Betriebsräte in der ganzen EU schafft, die nicht nur mitgehört werden können, sondern auch mitbestimmen dürfen. Denn als Arbeiterin und Arbeiter darf man meistens nicht entscheiden, wie oder wofür man arbeitet, was man produziert. Und deswegen möchte ich hier mehr Selbst statt Fremdbestimmung schaffen. Mein Name ist Fabio De Masi, ich bin Spitzenkandidat des Bündnisses Sarah Wagenknecht zu den Wahlen zum Europäischen Parlament und ich möchte dafür streiten, dass Europa endlich große Tech-Konzerne wie Amazon in die Pflicht nimmt, dass sie ihre Steuern zahlen und nicht oft weniger als ein Prozent Steuern auf ihre Gewinne abführen. Da muss Europa liefern, zum Beispiel durch Strafsteuern auf Finanzflüsse in Steueroasen.